Erdhügel jeglichen Gesetzen der Schwerkraft und Logik zu widersprechen scheinen. In der Grassavanne Australiens verlieren die Kompass-Termiten nie die Orientierung. Ihre Hügel sind so ausgerichtet, dass sie in nord-südlicher Richtung nur wenige Zentimeter breit sind, dafür aber in ost-westlicher Meter lang. Die heisse Mittagssonne trifft dadurch nur auf eine schmale Fläche des Hügels. Dafür wärmt sie morgens und abends die breiteren Seiten. Entsprechend bewohnen die Termiten morgens den östlichen und abends den westlichen Teil des Hügels.